Im US-Präsidentschaftswahlkampf hat der republikanische Kandidat Trump seine Vorwürfe an seine Gegenkandidatin Clinton und Präsident Obama erneuert. Er hielt ihnen vor, direkt für den Aufstieg der IS-Milizen verantwortlich zu sein. Unsere Regierung schützt uns nicht ausreichend. Sie hat mit ihrer Politik die IS-Milizen stark gemacht. Ich nenne Präsident Obama und Hillary Clinton die Gründer der IS-Milizen. Ich denke, wäre das Ganze ein Sport, dann würde der IS Clinton einen Preis als wertvollste Spielerin geben. Hillary Clinton stellte in Warren, einem Vorort von Detroit, ihr Wirtschaftsprogramm vor. Sie versprach unter anderem kostenlose Studienplätze und äußerte sich klar gegen das umstrittene transpazifische Handelsabkommen. Die Lösung ist, dass wir den freien Handel für uns nützen müssen, dass er nicht gegen uns arbeitet. Deshalb sage ich jedem Arbeiter in Michigan und dem Rest der USA, ich werde jedes Abkommen stoppen, das Jobs vernichtet und Löhne drückt, einschließlich des transpazifischen Handelsabkommens. Das Wirtschaftsprogramm von Donald Trump kritisierte Clinton scharf. Mit dem Versprechen erheblicher Steuererleichterungen begünstige er vor allem Superreiche und nicht die Mittelschicht, so Clinton.